So, dann schauen wir mal, also Eröffnung, Eröffnung der B7 ist am 6.7. Juli und ich glaube der Bahnhof wird dann auch eröffnet. Das müsste eigentlich dann fertig sein bis zum 6. Juli. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal, wie weit die da gekommen sind an der Baustelle. Das ist ja schon ein bisschen hier. So, siehst du. Da bringen die schon den Splitt aus. Da ist das Parkhaus da unten drin. Aber ich weiß nicht, wie der Ton ist. Keine Ahnung, wie der Ton ist. Aber ich hoffe, dass das trotzdem gut wird. Na, das werde ich dann später, werde ich dann mal überprüfen. So, dann werden wir hier so spätseln, als ich das selber schuld. Ah, ja. So, dann schauen wir mal. Ah ja. Wir haben den roten Teppich ausgelegt, schon in grün. Auch gut. Ja, da haben wir das zugemacht da. So, das ist dann also eine neue Busbahn auf, ok? Ja. 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 Ja, bis zum 6. oder 7. Juli ist das noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020